Boah, das sieht schon geil aus, muss ich sagen, ne? Also, sieht schon nicht schlecht aus. Alter, sieht das geil aus. Kill Assist, yeah. Ich hab ne Kill, oh mein Gott. War das ne Kanone oder was? Was war denn das? Oh, da stürzt ein Monkalkreuz ab. Alter. Oh, Alter. Oh, wie geil. Alter, der Monkalkreuz ist einfach abgestürzt. Ey, du Pisser, ich schau mir die Map an. Ah, Mist, der doch. Der schon wieder, der hackt doch. Der hat an. Victory, yeah. Start. Okay, diesmal bin ich Rebell. Das würde mich jetzt interessieren, ob dann da wirklich ein Sternzerstörer, Wunderfeld oder ein Monkalkreuzer. Oh, hier ist er aber gefährlich. Kann ich mit C irgendwie... Oh, wie geil, man hat Außenansicht, ja. Tatsächlich, tatsächlich. Oh mein Gott. Es stürzt ein anderer ab. Alter, wie geil. Wenn halt die Rebellen fast gewinnen, stürzt einfach der Victory-Sternzerstörer hier ab. Wie geil. Hey, let's go. Hey, let's go. Let's do it. Oh, ich will's hoffen. Kannst du selbst an deinem Boot spielen. Ja. Pack dich. Bin ich die Tussi? Ja. Oh, oh. Jumppick, man. Crank'n House. Collect'em all. So, das erste hab ich schon mal. Ah, da. Da ist er. Wow. Schade, dass man hier nur mit dem Jetpack hoch kann. LOL. LOL. Oh, lol. Was denn? Das wollte ich gar nicht, was ich da gerade getan habe. Na ja, das ist außerhalb der Möpsi auch. Ich hab's. Nice. Dann müssen wir wohl nochmal machen. LOL. Wo bist du? Guck mal, wo ich bin. Ist der O-Man, oder? LOL. Nein, sie haben mein Haus kaputt geschossen, die Arschlöcher. Ihr Säcke habt mein Haus zerstört. Ihr werdet kaputt schießen. Ich hab ihn gemessert, hast du gesehen? Ja, du hast ihm richtig die Faust auf den Kopf gedonnert, ey. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein wenig leiser bin. Aber es ist gerade 4 Uhr morgens. Na, in dem Spiel. Ich hab's ein bisschen gesucht in die letzte Zeit und kam einfach nicht dazu, Hohl aufzunehmen. Und jetzt mach ich's halt morgens um 4, weil ich gerade das Video am Schneiden war. Ja, komm, er fliegt in mich rein, als ob. Jetzt sind wir schon im ATS-T. Hier auf dem Map kann man richtig viele Fahrzeuge einsetzen und Helden, die sammelt man alle über diese coolen Chips ein. Oh, Mann, räum ich hier auf. So, hervorragend, jetzt sind wir doch im AT-AT. Ich zeig euch mal alle Fahrzeuge. Vielleicht hab ich Glück und find noch einen Darth Vader. Leider verstehen viele Anfänger diesen Modus hin. Oh, 250 Punkte da direkt. Nochmal 300, Mann. Aber gehen wir mal hier ab in den AT-AT-Walker wieder. Einfach direkt nochmal rein. Okay. Ja, da ist er, der Luke. Da ist er. Aber Gott sei Dank beachtet er mich nicht. Oh, Mann. Wie gut. Zack. Oh, da geht er ab. Da, Rakete drauf. Bam. Hab ich einen Schneegleiter angeschossen quasi. Und direkt aufs Geschütz. Ja, natürlich wirft er von da hinten eine Granate hier rein. Aber okay, wir haben gewonnen. Das ist alles, was ich wollte. Erst einmal vielen Dank, dass dir du das Video bis zum Ende angesehen hast. Ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung freuen und über einen Kommentar, wie dir Star Wars Battlefront gefällt. Also ich bin mordsmäßig gehypt auf dieses Spiel und werde mir es definitiv vorbestellen und dann ab dem 17. November ein wenig Zeit darin verbringen. In dem Sinne, haut rein und bis im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.